So, da sind wir wieder. Tschüss. Jetzt gucke ich mal ob das geht. Es scheint zu funktionieren. Ich gucke mal kurz ob es geht. Man setze ein. Zack und... Oh. Muss ich das so machen? Oh! Ach stimmt, bei Regen gehen die ganzen Viecher schon wieder nicht kaputt. Geht nicht. Zum Beispiel so ein Toggle-Downfall wäre zum Beispiel. Sehr schöner Command-Block. Ja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir da was einrichten. Aber erstmal muss ich gucken worum das jetzt nicht geht. Ich glaube das muss ich... Ja klar. Ich bin ja auch blöd. Scheiße. So rum? Objekt? Ach so! Mal gucken ob es jetzt geht. Hä? Mist ich hab es doch... Ähm... Ich bin bescheuert jetzt. Hinten dran? Ich hab grad mit meinem Schwert Gras abgebaut und es hat ultra viel Haltbarkeit gekostet. Oh! Ein Zeug aber auch ja. Was ist denn das? Gibt es Lamas? Ja! Angsthaft! Da muss ich tatsächlich nachgucken. Ich hab's vergessen. Ich hab's bei Pushbull hingekriegt. Äh... Ja, wieso hast du bei mir auch relativ... Hast du gerade? Ne. Was hast du gerade gemacht? Ich hab das nur bei mir was gemacht. TP... Add... Aber ich hab's doch um das ausführende Objekt auszuwählen. Ach so! Deswegen geht es mit der Katze. Ich muss add p machen. Der nächste Spieler. Ja, 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 ja. T... Schrägstrich, tp, add p und dann Koordinaten. So. Korrekt. Und... Druckplatte wird doch auch durch Stein übertragen, oder? Durch... Durchgehend. Äh... Nein. Hebel wird durch Stein übertragen. Die Druckplatte muss die Hebelation anbinden. Ne! Doch! Es geht auch. Doch! Es geht. Okay. Jetzt ging's... Keine Ahnung. Gut. Mach ich da nochmal einen Test, dass es nicht irgendwie... Wäääh. Random war? Random. Ja doch. Man muss es ein bisschen höflich angucken, das Ding. Aber das geht. Gut. Ähm. Gut. Dann muss ich kurz ein Knappi holen. Zack. Ähm. Was war es jetzt? TP... Add... E... E... Ähm... Minus... 3... 8... 7... Und der Punkt... 86... 96... Und... 3... 3... 4... Punkt... 1... 1... 5... 1... Find sie gehen. Test. Ja. Works. Okay, das heißt, jetzt muss ich wieder, das muss wieder weg, und so, danke. Da, jetzt können wir uns noch überlegen, äh, es gibt hier keine Kühe, sie gibt es einfach nicht, das ist, das hier steht ein Penis in der Landschaft, das ist der Turm, nicht der Turm, ich bin, ich bin irgendwo in Polen, ich bin sonst irgendwo, ernsthaft, ich bin einfach mal so ein, was so ein Ding ist, das ist ziemlich witzig, oh, herrlich, nicht aufzunehmen, das ist auch ein schönes Gefühl, klack, oh man, ich will ja auch leben, oh man, meine Rüstung verliert, hätte ich auch leben, oh man, Helm ist gleich kaputt, wo ist denn diese Kacklava, ich baue mich hier da auch drum rum, nee, zum Aushalten, tja, hier machen wir das, ähm, äh, äh, wie kann ich das sinnvoll machen, ey, wenn ich nicht die Kühe gesehen hätte, würde ich nicht die Kühe überhaupt implementiert wurden in das Spiel, äh, wo ist der jetzt, der Command Block, ach, ach, da, hab ich nicht gesehen, okay, äh, zack, zack, warte mal, toggle downfall ist doch, äh, egal, oder, muss ich das einem Player zuweisen? Ne, toggle downfall ist der Befehl, den du noch eingibst, download, mhm, downfall, sozusagen, das, was du eingibst, ist wie, als wenn du es in, ja, 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 ist schon klar, ja, ja, gut, klar, test, ah, und, kühle, sehr gut, gut, da kommt das wieder weg, eine Kuh, cool, kann auch wieder weg, zwei, drei, brauche ich nur noch, okay, liebe Kühe, zack, und, kannst du die jetzt einsammeln? Ich hab keinen Weizen mit. Ich hab keinen Weizen mit. Ne, 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 man fliegt raus. Ich hab keinen Weizen mit. Okay. Ich bin so timed out, okay. Das kann's von mir auch an. Ja, äh, TCM, ich stehe hier vor drei hübschen Kühen. Na, geh doch an Kreativität, oder? Du darfst. Ja, aber ich würde die Kühe, müsste ich, also, ich bin, ich kann dir mal ganz fragen, wo ich bin, ich stehe in 65 und, äh, 70, 650, ich bin 300 Block weg, ich schaffe, es schaffe ich niemals, diese Kühe, bis zu uns zu bringen. Tja, dann lass dir mal was einfallen. Ja, ich, also, ich weiß nicht, wie ich das... Äh, was heißt Weizen auf Englisch? Weed. Das hab ich mir auch grad schon gedacht, aber das ist es nicht. Hä? Leute, die Items wurden ja jetzt lustig umbenannt mit Minecraft, Unterstrich und noch auch welcher Scheiß. Ähm. Hier. Weed, ach, mit Haar. Ich traue nicht. Hm. Das hätte ich sogar gewusst. So. So. So, meine guten Freunde. Das geht auch? Okay, gut. Au. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Ach, hinter mir einfach mal einen Abgrund von 200 Metern. Komm, Mietz, 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 Mietz. Wieso passt ihr da nicht durch? Passt ihr da nicht durch? Was? Das ist doch... Okay, eine Kuh kommt mit. Das sind zwei zu wenig. Kuh! Guck mich an! Bin ich mit der Räder. Das Problem ist, Minecraft hat in der Hinsicht einfach... Okay. Mitkommen. Immer weiter mitkommen. Ups, ah! Immer weiter. Kann es doch sein, dass unter Lava Diamant ist? Äh, und, und, äh, prinzipiell ja. Ja. Allerdings hoffe ich das mal nicht. Wäre ja... Mist. Hm. Kühe! Mitkommen! Wo klemm ich denn jetzt schon wieder? Ich hasse es. Ja, jetzt reagieren sie gar nicht mehr auf mich. Äh... Hallo! Ich hab Weizen in der Hand. Verarscht du mich? Ja. Jetzt haben sie. Jetzt reagieren sie nicht mehr auf das Weizen. Ähm... Das ist doch Buggy, oder? Wozu können wir den Turm noch verwenden? Da hat eine automatisierte... Ne, einen Monster Spawner können wir doch daraus machen. Oder? Geht das? Ne, das ist klar. Aber es könnte gehen, oder? Doch, es könnte gehen. Aber ist die Fläche vielleicht nicht groß genug? Hm? Ey! Ich trinche an! Ich sterbe! Was? Ja. Ich bin unter TCM gespawnt, was leider bedeutet, im Stein. Ah ja. Was machst du denn da unten? Und begann zu suffocaten. Was gibt's nicht? Ist denn hier irgendwo? Na gut, ich brauche einen Monster Spawner. Ach, Diamant. Oh, das wird aber hart. Wie mache ich das denn? Ach doch, das geht. Doch, das geht. Da brauche ich Massen an Bruchsteinen. Ne, das war an der SID. Oh, 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 oh. Lex. Nein! Hast du richtig geholfen? Ich hab' einen. Ach, so. Auf in den Kampf. Oh ne, hier ist irgendein Spawner. Mal sehen, was sollte gehen eigentlich. Ach ne, das Wasser, das ist... Ah, es geht zu weit. Shit. Wie weit fließt das Wasser? Nie weit genug, so wie man's braucht. Nee, ach so, das muss ich kurz mal analysieren. Weil so ein Spawner, der muss ja bestimmte Maße haben. So, aber so Monster Spawner ist geil. Äh, warte mal. Da braucht riesen, riesen Anlage. Wie mache ich denn das? Hm, warte mal, das muss ich mal kurz checken. Mit Sand, äh, mit Erde. Wie weit Wasser fließt? Acht Blöcke, glaube ich. Ich habe ein Spawner. Ich hätte 15 gesagt. Gut gemacht. Wuhu. Die 15 Blöcke waren Redstone. Und ich lebe noch. Nimm die Kiste mit. Ja, ja. Was ist drin? Geil. Hä? Was ist drin? Diorit, Monsterfleisch und ein Knochen. Sehr gut. Glückwunsch. Ja. Also, harte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Acht Blöcke, genau. Okay. Hieß eine unserer ersten Folgen nicht, Farbenfroher Garten? Ja. Nee, Farbenfroher Gartenzaun oder auch und sowas. Habe ich doch gerade gesagt. Ach so, das Zaun kam nicht mehr durch. Das habe ich auch nicht gehört. Das habe ich doch gerade gesagt. Oh, nee. Ernsthaft, ich kann keine Sachen mehr aufnehmen. Dann muss das mal was wegschauen. Ähm. Ähm. Zack. So. Also. Upsa. Eins. Ey. Sag mal, was ist denn das hier? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, warte mal. Wie machen wir denn das? Davor? Da müssen wir den halt so bauen. Okay. Das kriegen wir hin. Ah. Ach. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist nicht schlimm. So. Eins. Zwo. Drei. Vier machen wir den. Eins. Zwo. Drei. Eins. Fack. Eins. Zwei. Drei. Vier machen wir den. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Eins. Ich kann mal eins... Eins für dich. Eins für dich. Vögel. Was? Kalb. Wunderbar. Ich, ich habe die Tiere gerade mal wieder zu... Ja, ja, ja. Dingen gebracht, die Spaß machen. Eins, zwei, drei, vier... Moment, das muss ich mal kurz markieren. 1, 2, 3, 4, zack, zack, 3. Warum sind das Druckplatten und keine Knöpfe? Weil es so einfach zu bauen war. Hm, na gut. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht sehr hoch. Das ist noch ein bisschen zu hoch. Das muss man halt so machen. Gut. Überprüfen Sie noch mal Ihr A, bitte. Aber das geht so nicht. 1, 2, 3, 4. Da muss dort die Ebene hin. Kein Diamant, ey. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist ein Witz. Ein Witz ist das. Moment. Hä? Ach, ich mach Fehler. Moment. Das ist okay. So. Irren ist menschlich. So. 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 Weißt du, in den Kommentaren stand es schön rum. Neolium liegt. Und ich dachte einfach nur, Dankeschön. Ich glaube, ich weiß auch, wer das war. Ja, das glaube ich hier auch. So. Bücherregal. Ist das hier der richtige Edna? Ich glaube, hier ist dann also Wasser. Wasser. Also known as... Vodka. Doch, die Flasche sind... Bücherregal. So, was kriegen wir hier schon raus? Infinity... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Bis hierher fließt das. Danach plümsen die runter. Okay. Lass mich durch die Tür! Alter, die Wege sind so lang zu laufen. So, hier brauchen wir also dann... Ah, ne, es müssen zwei sein, weil sonst kommen sie wieder hoch. Sag mal, was sind denn das eigentlich für Dinge? Hier ist Gold Horse Armor. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass wir schon Pferdepanzerungen gefarmt haben. Das war in Kisten drin. Das war in Kisten drin. Cool. Dann würde ich mir nämlich bald mal mein Pferd abholen. Was kann ein Pferd? Was bringt das, wenn man... Bereiten. Du bist halt schnell. Du bist ganz einfach schnell. Und kann das auch lassen? Also kann man da auch mehr tragen? Das war sinnlos, was ich jetzt gemacht habe. Äh, ja, du kannst da Zeug reinpacken. Hinter das Pferd. Einfach in Arsch stecken. Oh, ei! Korrekt. Also... Was denn? Das geht doch nicht. Oh, Mann! Ich will jetzt... Ja, Mann! Boah, das war... Das war... Das war... Das war kitsch gerade. Was? Größte Frage, wo ist mein Pferd? Auf dem Flur wahrscheinlich. So ungefähr. Und ich habe mir verfolgen. Das wird wahrscheinlich die Spawns sein. Pferd? Da, die Pferd. Du bist mein Pferd? Ich glaube, ja, du bist mein Pferd. Ja, du bist mein Pferd, oder? Ne, du bist nicht mein Pferd. Hä? Scheiße. Suche ich mal ein anderes. Ähm. Ach, was tue ich denn hier eigentlich? Ich bin noch völlig verwirrt gerade. Ich renne völlig verwirrt durch die Kante. Kennt man ja. Also das ist natürlich sinnlos hier wieder. Hä? Ich habe ernsthaft jetzt nicht mitgedacht. Pushbunny, wie viel Eisen hast du schon gefarmt? Im Moment... Moment, lass ich gucken. Äh, 24. Aber ich bin noch ehrlich gesagt auf Zufall nach Diamant. Hä? Aber wir haben doch in den Truhen übelst viel. Eisen, meine ich. Okay, weil ich nicht fracht bloß. Pah, so, warte mal. Wie mache ich denn das jetzt? Ähm. Ich brauche nämlich dringend einen Amboss. Aber den bastle ich mir dann mal da raus. Das reicht. An dem, was wir haben. Wir brauchen neun Eisenblöcke. Ja, ja. Das reicht. Das ist nicht gut. Viel zu dunkel. Da funktioniert mein Monster Spawner früher als ich denke, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Zack. So. Herrgott, bin ich müde. Okay. Oh, das reicht ja locker. Naja, ich gehe runter. Ich stehe oben und sage, ich will am... Vergessen. Ich stehe unten im Lagerraum und denke mir, irgendwas wolltest du hier. Irgendwas wolltest du hier. Irgendwas wolltest du hier. Irgendwas wolltest du hier. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Mir fiel es immer noch nicht ein. Ich dachte mir, das ist jetzt blöd. Ich würde es nicht sein. Äh. Äh. Moment. Äh. Äh. Blöde Frage. Wie funktioniert noch was? Hä? Rechtsklick drauf? Nee. Wie crafte ich den? Oh. Katze? Katze? Hier steht Creeper. Boom. Katze, Hund, eben noch. Gut. Idiot. Haha. So, hier finden wir ein paar Fachen drin. Wappu, ich habe jetzt noch welche rein. So. Haltest du nicht das? So, ich habe noch ein bisschen Cobblestone. Äh. Oh, nee. Das lassen wir mal da. Zack. So. Das ist sehr slow. Slow, slow. Slow. Hm. Wie mache ich denn das jetzt erfolgreich? Äh. Komme ich denn raus, wenn ich hier ein Loch reinmache? Da, auch noch sehr gut. Also, ich könnte mir natürlich gleich noch was craften. Das ist mir fast ein bisschen zu heiß. Boah, ist es auch. Boah. Alter. Ihr habt es gesehen. Hä? Ich bin an der Wand runtergefallen und habe im Fallen eine Leiter an der Wand gesetzt und hat sich daran festgehalten. Na, da hattest du aber glücklich. Ah, da habe ich jetzt ganz schönes Mehl gehabt. Nein, Skelett, du schießt mich jetzt hier nicht runter. So. Äh. So. Komm, es ist jetzt gerade bei mir, äh, große, ich weiß, aber so, das fliegt gleich wieder weg. Zack. Zack. Äh. Hier oben ist doch noch eine Falltür drauf, ne? Dieser. Die ist nicht lichtdicht, ne? Oh, geil. Gibt es ja auch das Eisen auch. Ja. Okay. Offenbar, ja. So. Dann ist das geklärt. So. Und nun? Kriege ich mega damage, wenn ich da jetzt runterfalle. So. Deswegen muss man das mal anders machen hier. Zack. Zack. Hm. Ähm. Nein, das möchte ich. Danke. Ähm. So. Das ist jetzt mal schön verbrutzeln da unten. Äh, das gibt es nicht, hier ist, hier ist kein Diamant nirgendswo. Wo ist denn hier ein Zombie? So. Ähm. Wo kommt die ganze Bagage denn rausgeplumpst? Ach, davon hatten wir auch noch was drauf. Da. Da. Das sollte hinkommen. So. Was? mein plan funktionierte nicht ich weiß nicht warum deswegen kam etwas entrüstet gerade war dass die fackel so optimal die fackel ist eigentlich nicht so optimal das funktioniert trotzdem krieg ich schon fast von oben abgebaut so diese ständige hin und her gerenne das macht mich jetzt das ist auch noch so weitläufig was ist der weitläufig das haus brennst von einer seite 25 minuten denn das von shit hier das ist denn das von der forscherei naja ist egal dass wir euch mal bei gelegenheit was heißt mending ist doch ein hipper frauenname heutzutage es ist ernsthaft was denn jetzt passiert ist auf die falsche seite geboren muss ich den eingang von unserem wachtturm hier verlegen ist da gerade ein creeper weggelaufen ernsthaft ja wirklich das stand direkt vor der tür da zum glück ist er noch nicht explodiert so müssen wir den eingang jetzt mal folgen dahin verfrachten zack ach so das sieht natürlich nicht so gut aus jetzt habe ich adrenalin bekommen ich bin gerade rasend da kam der creeper um der ecke gelaufen alter jetzt bin ich erschrocken jetzt bin ich gerade serious erschrocken da hat er wirklich der creeper seinen namen alle ehre gemacht gerade so spinnen kommen natürlich jetzt da oben nicht raus das ist natürlich nicht so gut da muss ich wahrscheinlich den zugang noch etwas denen so moment da kommt auch das das ist schon der außenwand ne so das sähe blöd aus kann ich bloß also finde ich blöd also wenn du was war praktisch middle of bin in die laber gefallen kommt mir bekannt vor aber ich bin aus der ausgerutscht das war gar nicht so doof wie die letzten so ich habe so hier werden dann hier kommt dann der ganze spaß und lockert so ich habe vergessen zu erweitern ich vollhorst meine idee war richtig aber die ausführung total falsch ich finde hier eine ganze menge aber kein diamant so soll das doch sein gut die spinnen sind natürlich sehr schön bedenke mich mindestens eisenspitze nicht dass du außersehen auf steinen picke in der hand hält ja gut spinnen woran können sich spinnen nicht festhalten gibt es da was ich glaube nicht an sich selbst so noch ein block einwesen ich habe jetzt fünf diamanten gesammelt wir haben ja schon so ein portal also obsidian theoretisch nicht oder was kann man noch mit obsidian machen doch für einiges noch so die tür ist defekt oder die tür ist also die türlinien die türlinien der türlinie der türlinie der türlinie So, das war sinnlos, das war sinnvoll. Okay, jetzt haben wir es eigentlich doch fast, ne, ist besser, wenn ich hier Erde hinmache. So, water, water, water. Geil, ein Wasser geht natürlich bis runter. Sinnlos. Deswegen sollte man ein zweier Kanal hin machen, immer, hm, man lernt nie aus. Kann mich jemand zu sich teleportieren, weil ich habe mich hier gerade verrannt. Aber so richtig, weil es irgendwie keinen Ausgang mehr gibt. PCM, it's your job. Was, my job? Das ist aber gerade keine gute Idee, weil ich bin nämlich gerade high up. Ach, du hast die Buschbohne. So. Dankeschön. Bitte. So. Also baue ich mir jetzt so eine Diamant-Axt und mach da halt den Obstier-Diahn weg. Obstier-Diahn weg. Oder? Eine Dia-Hacke kann ich dir geben. Warte, 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 bevor du deine baust. Wir haben ganz viele davon. Was? Ganz viele? Wieso denn das? Na zwei. Keine Ahnung, wo die zweite herkommt. So, warte. Dann dieses Diamant-Zeug erst einmal... Jetzt dann... Diamant? Wo ist Diamant? Haben wir dafür... Wo kommt das... Äh, ich habe vier Diamanten. Keine Ahnung, wo wird Diamant hin? Natur... Höhenprodukte? Nee, oder? Ja, ergibt Sinn. Zumindest. Gut, dann Höhen-Zeug. Ähm... Da packe ich meine auch mal rein. Stein... Quark, so... Und Kohle... Slime-Ball, oh... Keine Ahnung, ob da jetzt was spawnt da oben. Muss ich mal kurz im zarten, kreativen Modus hochgucken. Wunderbar. So, jetzt brauche ich noch einen so Block hier. Die gebe ich auch... Die gebe ich auch... Davon, so... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Ach, die Sprinten kommen dann halt hier nicht durch. Tja... Tja... Ich muss jetzt sehen was, was ich jetzt gemacht habe. Keine Ahnung. So... So... Hm... Ah, wir sehen uns übrigens bald wieder. Die Folge muss leider jetzt schließen. Oh, okay. Dann, bis später. Bis später. Bis später. Bis später. konnte überhötchen. gébert filmen Nach unten und ziemlich irrelevant. Bisán war eine kleine Ölmsteine. Bis später. Vielen Dank.